Herzlich willkommen bei meinem Podcast, ein Thema, zwei Farben. Wir hatten jetzt ein paar technische Anlaufschwierigkeiten, deshalb habe ich jetzt hier auch diese großen Kopfhörer. Aber am Ende hat es geklappt, dass ich jetzt verbunden bin mit einem Gast von der anderen Seite des Atlantiks, dem deutschsprachigen Gesicht der Wall Street, nämlich Markus Koch. Vielen Dank, Herr Koch, dass Sie die Einladung angenommen haben. Sie sind ein bekanntes Fernsehgesicht. Sie sind einer der bekanntesten Börsenjournalisten im deutschsprachigen Fernsehen. Und man glaubt es kaum, seit einem Vierteljahrhundert berichten Sie aus den USA über Kapitalmarktthemen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, wie geht es Ihnen in New York gegenwärtig? Also jetzt, wo Sie mich nochmal daran erinnern, dass es schon ein Vierteljahrhundert ist und ich bald 50 werde, geht es natürlich frohen Mutes trotzdem weiter an der Börse. Spannende Zeiten. Und gerade jetzt natürlich, es geht in Anbetracht der Einschränkungen, die man so noch hat, in diesem wunderbaren Leben eigentlich ganz gut. Wie ist die Stimmung? Ich meine jetzt nicht unbedingt die Stimmung auf dem Parkett selbst, sondern die politische Stimmung in den USA. Sie beobachten das ja sehr genau, sind auch Teil dessen. Ich hatte aus der Entfernung gelegentlich den Eindruck, dass an der Wall Street beispielsweise Herr Trump doch noch recht viele Unterstützer hatte. Wie ist da jetzt die politische Stimmung? Nun, ich glaube, dass Trump gegen Ende seiner Amtszeit doch sehr viel Zuspruch auch an der Wall Street verloren hat. Und wir haben weniger auf die Wahlumfragen geachtet, sondern vor allen Dingen auf die Wettmärkte. Und die haben ja schon sehr früh signalisiert, dass ein Wahlverlust von ihm relativ wahrscheinlich ist. Und wie es eben so ist an der Börse, setzt man sich erst mal hin und fängt an, ein bisschen nachzurechnen. Was bedeutet das jetzt? Biden kommt, kriegen wir Steueranhebung? Ja, nein. Was macht die Börse draus? Und zu guter Letzt kriegen wir jetzt natürlich noch mehr Stimulus für die Wirtschaft. Die Frage ist, ob es zu viel ist. Das ist das, was uns aktuell am meisten beschäftigt. Aber Biden ist ja wohl... Also Überhitzung. Look, ganz klare Überhitzung. Und look, wir hätten mit Biden Stimulus bekommen. Wir hätten mit Trump Stimulus bekommen. Und in aller Fairness muss man Trump eins lassen. Er hat sehr früh gehandelt, was zumindest mal den Einkauf von Impfstoffen betrifft. Und dementsprechend haben die Vereinigten Staaten die Nase hier vorne. Davon profitiert Biden jetzt natürlich auch, der das noch weiter ausbaut. Und deshalb sehen wir eine relativ schnelle Normalisierung der Lage. Ja, das beobachten wir von hier natürlich auch. In der ersten Phase der Pandemie, da konnten wir uns als Deutsche ja eines guten Managements rühmen. Und jetzt stellen wir fest, bei Tests und beim Impffortschritt, da wo es also um innovatives, um unternehmerisches, im besten Wortsinne Handeln des Staates geht, da laufen andere uns den Rang ab. Das ist sehr beachtlich, wenn man sieht, wie in den USA oder auch in Israel geimpft wird. Und bei uns haben selbst viele betagte und hochbetagte Menschen noch gar keinen Zugang. Wir kriegen gar nicht alles Verimpftes. Also hier ein echtes Problem. Und der Vergleich zu den USA, der wird politisch noch eine Bedeutung haben in der nächsten Zeit. Nicht nur für Deutschland. Also wir schauen natürlich insgesamt nach Europa. Und Großbritannien hat ja auch letztendlich gesehen, hier die Nase ziemlich weit vorne. Die haben natürlich auch weitaus mehr Probleme damit gehabt. Aber im Großen und Ganzen, jetzt wieder mal zurückkommend für mich, für die Börse und für die Wirtschaft, wir werden wesentlich schneller aus der Krise rauslaufen. Wir werden in diesem Jahr Wachstumsraten sehen für die Konjunktur, die laut Goldman Sachs bei fast 8 Prozent liegen werden. Und das ist nicht China, das sind die Vereinigten Staaten. Das ist wirklich wuchtig. Und jetzt kommen nochmal 1,9 Billionen Dollar obendrauf. Vielleicht werden es auch nur 1,6 Billionen, nur in Anführungszeichen. Das ist ein Haufen Holz. Das sind fast, sagen wir mal, 15 bis 18 Prozent der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung. Die Amerikaner machen halt das, was sie immer machen. Wenn sie löschen, dann wird eben nicht mit dem Tank Fahrzeug gelöscht, sondern gleich mit allem, was man holen kann. Ja, und wenn man sieht, welche Unternehmen in den USA entstanden sind während der vergangenen 20 Jahre, das sind ja auch welche, die jetzt nach der Pandemie in besonderer Weise profitieren. Wenn man sieht, wie der Marktanteil von Amazon auch auf dem europäischen Markt, im deutschen Markt gewachsen ist, welche Probleme der stationäre Handel hat. Also es sind die politischen Rahmenbedingungen. Die USA sind schon im Startblock jetzt für die Aufholjagd, während wir noch nicht mal die Schuhe sozusagen angezogen haben für den Sprint. Und es verändern sich eben die Unternehmen. Die Plattformunternehmen haben jetzt nochmal zusätzliche Marktschancen gewonnen. Also ist für uns sicherlich auch ein regulatorisches Problem, der einst mal bei diesen Monopolstrukturen, die sich da inzwischen ausgeprägt haben. Aber ich wollte mit Ihnen sprechen, eigentlich ja über die Entwicklung Kapitalmarkt, aber nicht speziell auf die aktuelle Situation, sondern generell interessieren mich ein paar Dinge. Wie sind Sie eigentlich selbst, bevor wir jetzt in Medias Res kommen, wie sind Sie eigentlich selbst zur Börse gekommen? Wenn ich es richtig erinnere, ja schon zu Schülerzeiten oder jedenfalls sehr jung haben Sie sich schon am Kapitalmarkt engagiert. Ja, das Ganze fing mit dem Börsenspiel an, das es ja schon seit gefühlten 100 Jahren gibt in Deutschland. Und damals habe ich Blut geleckt und bin seitdem wirklich an der Stange geblieben, weil für mich Wirtschaft und Börse, das ist einer der spannendsten Themen. Für mich nicht unbedingt, weil es um Zahlen geht und ich mich unglaublich freue, wenn jetzt eine Zahl größer ist als die kleinere, aber diese psychologische Komponente, die mit Geld verbunden ist und vor allen Dingen diese Verbindung quasi aus der Grassroot-Perspektive von unten nach oben, das hat mich schon immer, immer fasziniert. Wir alle wirtschaften, selbst die, die nicht Börsianer sind, müssen wirtschaften und wir sind ein Teil des Systems. Und das hat mich in jungen Jahren schon begeistert. Mit 16 fing ich an und mit, wann bin ich hier rübergekommen? 1992 bin ich in die Vereinigten Staaten gegangen, wie man das so macht, ohne Visum, Touristenvisum und habe mich dann durchgearbeitet, war erstmal in der Poststelle von einem Aktienfonds und habe dann meine ersten Brokerprüfungen gemacht, bis ich dann bei Bear Stearns gelandet bin. Großes Brokerhaus damals und 1994 habe ich dann schon meine Presseagentur aufgemacht. NTV ist ja eine wesentliche Komponente, aber das Handelsblatt ist mit dabei und was für mich jetzt auch eine große Rolle spielt. Ich bin ja ganz stolz, dass es unsere erste Schaltung hier ist aus dem großen Studio. Wir sind umgezogen, bauen ein 150 Quadratmeter großes Livestreaming-Studio in New York und wollen Börsenberichterstattungen aus einer gemütlicheren Perspektive erzählen. Also nicht dieses kühle Banking, sondern eher die Wohnzimmer-Atmosphäre, in der man quasi sich auf gleicher Augenhöhe austauscht. Wie kam es denn dazu, dass Sie in jungen Jahren mit um die 20 aus Deutschland, aus der Nähe von Frankfurt, glaube ich, in die USA gegangen sind? Ohne Ausbildung, ohne Arbeitserlaubnis. Wie kam es dazu? Warum USA? Also ich habe, also Börse, bei Börse muss man natürlich irgendwann an die Wall Street gehen. Ich glaube, das ist der Traum eines jeden Börsianers, einmal an der legendären Wall Street zu sein. Und ich bin tatsächlich jetzt der Journalist, der am längsten an der New Yorker Aktienbörse ist, seit 1996 mittlerweile. Also die Wall Street, das ist das Traumbild eines jeden Börsianers, damals noch mehr als heute, würde ich mal sagen. Und für mich gab es zwei Komponenten. Ich bin in sehr jungen Jahren auf die Nase gefallen, habe damals auf Pump spekuliert, Wertpapierkredite, das Geld musste zurückgezahlt werden, nicht jeder Trade ging auf. Und für mich waren die Vereinigten Staaten auch ein bisschen die Flucht nach vorne. Also einmal an die Wall Street zu gehen, den eigenen Weg zu gehen, einen Neuanfang zu machen und natürlich, um das gleich vorweg zu sagen, auch in der Lage zu sein, diese Wertpapierkredite wieder zurückzuzahlen. Das ist schon lange her, über 30 Jahre, das ist mir dann auch gelungen. Aber die Flucht nach vorne war auf jeden Fall für mich der Weg in die richtige Richtung. Sie haben jetzt gerade die Wall Street schon hervorgehoben. Wenn man sich für Aktien- und Kapitalmarkt interessiert, dann möchte man dahin. Womit hängt das zusammen, dass in den USA die Aktien- und Kapitalmarktkultur ja dann ganz offensichtlich viel ausgeprägter ist als bei uns? Das hat viele kulturelle Gründe, das hat aber sicherlich auch sehr viel mit der Politik zu tun. Wenn ich mal mein aktuelles Beispiel nehme, bei uns ist es ganz normal, meine Tochter ist jetzt acht Jahre alt, dass hier ein steuerbegünstigter Sparplan für Kids gemacht wird oder die Pensionspläne, die wir hier in den USA haben, die IRAs und wie sie alle heißen, bei denen wir die Möglichkeiten haben, wirklich viel Geld jährlich auch in diese steuerbegünstigten Rentenmodelle zu stecken. Und das fließt den Amerikanern somit eigentlich über Generationen im Blut, weil jeder ab Geburt mehr oder weniger auch schon in den Aktienmarkt investiert ist. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen etwas mit dem American Dream zu tun. Also die Tatsache, dass wir unsere Entrepreneure, unsere Macher hier tatsächlich auch feiern. Also wenn wir mal Elon Musk nehmen, der zwischen Genie und Wahnsinn pendelt, aber er ist eben diese amerikanische Ikone, die uns nach dem Ableben von Steve Jobs auch stückweit verloren gegangen ist. Und dieser American Dream, der Underdog, der irgendwann mal groß wird, wie Elon Musk oder Industrien, die neu geschaffen werden, das fließt im Blut der amerikanischen Kultur. Und man ist gerne dabei. Und ich glaube, das ist Börse auch essentiell gesehen, dass es hier wirklich um Erlebnisse geht. Es geht um Unternehmen, die entstehen und Menschen, die sehr reich werden. Es geht aber auch um Niederlagen und es geht um Neuanfänge. Und ich muss mal schmunzeln für mich, ich bin mit einer Peruanerin verheiratet, erinnert mich die Börse oft so ein bisschen an diese alten lateinamerikanischen Telenovellas, wenn die Schlussglocke der New Yorker Börse läutet und die Stimme hebt sich im Hintergrund, und sagt, schalten Sie morgen wieder ein, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht. Also Börse hat mit Erleben zu tun, das hat etwas mit Kultur zu tun, hat auch etwas mit dem politischen Rahmen zu tun. Und all das passt letztendlich gesehen und speist natürlich auch den Spirit des amerikanischen Marktes. Ja, und wenn die Menschen alle über Sparpläne beteiligt sind an den unternehmerischen Erfolgsgeschichten, entsteht ja auch gar keine Entfremdung. So ist das bei uns nach meinem Eindruck oft, dass man so auf die Wirtschaft und die Unternehmen schaut, als handele es sich da um eine Sphäre, die mit dem eigenen Leben gar nichts zu tun hat, weil man hat ja seine gesetzliche Rente. Während, so stelle ich mir es zumindest vor, wenn ich weiß, dass ich von den Erfolgen am Kapitalmarkt am Ende selber profitiere und nicht nur einige wenige, dann habe ich ja mehr Interesse und auch mehr Akzeptanz oder auch mehr Interesse sogar an unternehmerischen Erfolgen. Ja, also ich meine, ich glaube, ja, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, dass der politische Rahmen ein ganz entscheidender ist. Denn Steuern sparen, das tut man in Deutschland natürlich auch gerne. Und ich stelle immer wieder mit Begeisterung fest, dass, um jetzt mal etwas spitzer zu sein, wenn wir haben eine Finanzministerin, die vorher Chefin der Notenbank war. Wir haben Finanzminister, die vorher bei Goldman waren. Die wissen, was sie tun. Die stecken in dem Thema drin. Bei uns an der Wall Street gibt es, ich will ja nichts zu Olaf Scholz sagen, aber so der eine oder andere Running Gag, dass Olaf Scholz doch das Sparbuch bevorzugt, das kann man sich ja an der Wall Street auch nicht unbedingt verkneifen. Und wie es eben so ist, man muss ein Vorbild setzen. Und das tut das amerikanische Finanzministerium sicherlich ganz gut hier in den Vereinigten Staaten. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist schlichtweg, dass Börse über Generationen immer nach oben geht, auch wenn man mal Durchhänge hat. Das tut dann weh. Wir sind nicht so angstgeprägt wie in Deutschland. Deutschland ist eine doch auch sehr durch Angst getriebene Nation, was jetzt Geldanlage betrifft. Was ja auch verständlich ist mit unserer Historie. Wir haben Hyperinflation gehabt, wir haben Kriege gehabt. Das haben die USA hier in diesem Ausmaß nicht erlebt. Das ist also eine ganz andere Rahmenbedingung. Man muss den Leuten die Angst vor dem Thema der Geldanlage nehmen. Aktien schwanken, das ist richtig. Aber dauerhaft gesehen gehen Aktien nach oben. Und das ist mal so zu sagen, Herr Lindner, statistisch gesehen ist der Aktienmarkt eigentlich sicherer als die Ehe. Denn also die deutsche Durchschnitts-Ehe endet was nach zwölf Jahren? Sie haben übrigens gerade, ist Ihnen das aufgefallen, gesagt, wir sind nicht so angstgeprägt. Wir, die USA. Fühlen Sie sich eigentlich heute stärker als Amerikaner, als als Deutscher? Ich suche mir das raus, was ich von beiden Kulturen am besten finde. Aber das ist ja auch das Schöne, wissen Sie, Herr Lindner, wenn ich in Amerika auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte, kann ich sagen, was ich will. Dann setzt sich der Ami hin und sagt, naja Gott, das ist halt ein Deutscher. Und wenn ich in Deutschland auf der Bühne stehe, dann sagt man, naja Gott, der lebt halt schon lange in Amerika. Also es ist sehr schwer, mich irgendwo einzuordnen. Das genieße ich stückweit. Und im Herzen werde ich immer Europäer sein. Ich will nicht sagen Deutscher, Europäer, ganz bewusst. Und was unsere Kultur betrifft, auch die Werte, die wir haben, auch wie wir Freundschaft leben, werde ich im Herzen immer Europäer sein. Was den Spirit betrifft, also auch diese Freude auch mal an Niederlagen, also etwas zu machen, wissentlich, dass man scheitern kann. Und scheitern ist ein Teil der Kultur in den Vereinigten Staaten. Das genieße ich natürlich auch. Und ich glaube, das ist in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, in denen einer der wenigen kulturellen Exportgüter der USA uns wirklich viel beibringen können. Jazz. Jazz ist Improvisierung. Und Improvisation ist etwas, was wir gerade jetzt in diesen Zeiten machen müssen, in Covid-Zeiten, in denen man letztendlich gesehen Dinge umsetzen muss, die es historisch gesehen sehr selten oder noch gar nicht gegeben hat. Und da profitieren die Amerikaner natürlich durchaus von diesem Willen und auch diesem Wunsch, gelegentlich mal zu scheitern und dann wieder Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Ja, uns ist das auch sehr sympathisch. Ich sage manchmal, dass so die FDP, wir als deutsche Liberale, wir sind so die angelsächsischste Formation, die es in der politischen Landschaft in Deutschland gibt, weil diese Can-do-Mentalität, diese Leistungs- und Risikofreude, auch so ein wohlverstandener Individualismus, während andere stärker so in Kollektiven denken, das hast du sonst in der deutschen Politik so nicht. Und manchmal merkt man auch so ein bisschen ein Fremdeln in der deutschen Gesellschaft mit liberalen Positionen, weil wir eben doch eine andere kulturelle Grundierung haben hier. Aber gut, es muss eben auch so eine besondere, ich sage mal, Boutique wie die FDP geben, weil es gibt ja auch Menschen, die diese Can-do-Mentalität in der Gesellschaft haben. Jetzt kann ich ja verraten, dass ich mit 18 Mitglied der FDP war. Otto Graf Lambsdorff kenne ich noch gut. Ich habe damals in Düsseldorf gearbeitet, schon lange her, aber ich war früher auch mal mit dabei. Das ist ja amüsant, das war genau in der Zeit, wo Sie eben gesagt haben, dass Sie auf Pump spekuliert haben. Waren Sie sehr unvorsichtig in den Jahren, offenbar. Das lag nicht an der FDP, das versichere ich Ihnen. Also interessantes Bekenntnis, das nehme ich auf. Im Nachgespräch werden wir später mal noch herausarbeiten, was man tun kann, um Sie wieder in die deutsche Politik zu lotsen. Aber vielleicht fangen wir mit einer fachlichen Frage an, kurz bevor ich abgebogen bin, weil Sie sagten, wir sind nicht so angstgeprägt, wir Amerikaner. Wollte ich eigentlich ja ganz streng sachlich, fachlich fragen, was wäre denn Ihr Policy-Advice für Deutschland? Sie haben ja hervorgehoben, in den USA mit den Sparplänen, Pensionsfonds entsteht eine Aktienkultur, die Leute profitieren von der Dynamik am Kapitalmarkt. Was würde sich für Sie denn daraus als Policy-Advice für Deutschland ergeben? Also man sollte die Aktienanlage nicht verteufeln und auch zu Recht nicht bestrafen. Der Gedanke auch einer Aktientransaktionssteuer, der ja in den Vereinigten Staaten auch abgelehnt wird. Ich glaube, dass dadurch spekulative Exzesse oder mögliche Manipulationen nicht unbedingt erschwert werden. Und dass das zu guter Letzt eben dann auch zum Nachteil der Privatanleger ist. Also ich würde auf jeden Fall den Aktien als ein Ansparmodell für die breite Bevölkerung wesentlich stärker darstellen. Wissentlich natürlich, dass Aktien schwanken, das ist richtig. Aber bei Dingen der Altersvorsorge geht es ja nicht um ein oder zwei Jahre oder fünf Jahre. Da geht es um wirklich lange, lange Zeiten. Und Unternehmen, die Börse, der Aktienmarkt ist ja nichts Böses. Wir nutzen unsere Unternehmen, die börsennotiert sind, an jedem einzelnen Tag. Und um Ihnen mal ein Beispiel zu nehmen, ein sehr extremes Beispiel, dass ich jetzt, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, um Gottes Willen, Spekulationsblasen sind etwas Tolles. Die tun zu guter Letzt weh, wenn sie dann mal platzen. Aber die Ironie ist, dass selbst Spekulationsblasen, wie wir sie jetzt stückweit erleben, unglaublich innovationsfördernd sind. Ende der 90er Jahre war der große Schub an Innovationen auch durch das viele Kapital, das letztendlich in diese Blase hineingeflossen ist. Wir sehen das aktuell in den USA auch, wie viele Unternehmen im Bereich der E-Mobility an die Börse gehen, Wasserstoffunternehmen an die Börse gehen. Bei vielen fasst man sich an den Kopf und sagt, mein Gottes Willen, das sind die nie im Leben wert. Aber die Tatsache, dass durch die Verbindung zum Aktienmarkt überhaupt erst mal die Möglichkeit entsteht, so viel Innovation zu fördern, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, je vorsichtiger man ist und je stärker das Thema reguliert wird, umso stärker riskiert man letztendlich gesehen auch Innovationen mit zu unterbinden. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir im internationalen Vergleich nicht den Anschluss verlieren. Ja, ich glaube, die Eisenbahngesellschaften, die in den USA im 19. Jahrhundert die Trassen gebaut haben, die sind auch alle pleite gegangen danach, aber die Trassen sind geblieben. Also nicht individuell erfolgreich gesellschaftlich. Absolut. Und das soll kein Appell für Spekulationsblasen sein. Das ist nochmal ganz wichtig. Aber es soll einmal noch zeigen, dass in jedem Punkt auch ein Vorteil liegen kann. Und solche Entwicklungen sind letztendlich gesehen eben durchaus, haben auch ihre positiven Seiten. Und man kann sich gegen das Scheitern eines einzelnen Unternehmens oder Geschäftsmodells oder den Abstieg einer Branche ja auch schützen, indem man nicht alles auf eine Karte setzt, sondern klugerweise, wenn es um Altersvorsorge geht, ja in einen ganzen Markt investiert oder vielleicht sogar weltweit Aktienanlagen nutzt, statt nur ein einzelnes Papier zu kaufen. Das ist ja eigentlich, würde ich sagen, Anfängerwissen für Kapitalmarkt. Klar, absolut. Es kommt immer aufs Streuen an und man darf nie vergessen, also als Börsianer kriegt man natürlich oft die Frage, kann man jetzt noch? Und das ist aber nicht die Frage, die sich stellt. Die Frage, die sich stellt, ist immer, wie viel kann ich? Wie viel Zeit habe ich? Und vor allen Dingen auch, wie viel Schmerz kann ich ertragen? Denn an der Börse geht es im Wesentlichen um zwei tragende Faktoren. Es geht einmal um die Frage, was passiert als nächstes? Und das ist eine Frage, die wir uns nicht nur an der Börse stellen, sondern die wir uns weit abseits der Börse in vielen Bereichen unseres Lebens stellen. Bleibe ich gesund? Was wird meine Tochter mal machen? Wie geht es im Job weiter? Und genauso stellen wir uns an der Börse natürlich die Frage, was als nächstes passiert. Es ist die Zukunft und die Zukunft ist immer eine ungewisse. Und deshalb muss man seine Risiken kennen und dementsprechend auch handeln. Und der zweite Faktor ist die Hoffnung. Wenn wir heute wissen, was morgen passiert, dann bräuchten wir Menschen nicht mehr hoffen. Und das ist auch an der Börse ein sehr, sehr tragender Faktor. Was ich damit sagen will, ist, dass es, man betrachtet die Börse als so ein fremdes Wesen. Aber in Wirklichkeit können wir von der Börse auch für uns, für unser eigenes Leben, wie wir agieren in unserem Leben, sehr, sehr viel lernen. Börse zwingt zum offenen Denken, weil hier auch Umbrüche passieren, weil hier Innovationen stattfinden und weil man über den Tellerrand schauen muss. Und wo brauchen wir das nicht? Auch weit abseits der Börse. Das ist ein ganz wesentlicher Teil in jedem Aspekt unseres Lebens. Teile ich absolut. Deshalb setzen wir uns auch stark für, ich sage mal, Sparen in Wertpapieren ein. Nein, Sie haben sehr defensiv eben gesagt, die Aktie nicht verteufeln. So würden es die meisten Deutschen tatsächlich auch vielleicht formulieren, wenn sie schon sehr ambitioniert sein wollen. Also nicht verteufeln. Ich würde sagen, wir müssen mehr Menschen an den Kapitalmarkt bringen und die Aktienanlage wesentlich attraktiver machen. Sie haben völlig zu Recht gesagt, diese Ideen von Transaktionssteuer helfen da nicht. Und erst recht nicht in der Umsetzung, wie sie ja gegenwärtig in Europa und Deutschland diskutiert werden, als eine Börsenumsatzsteuer und dann auch noch nur für die Papiere von Unternehmen, die im Inland ihren Sitz haben. Dann könnte man also sagen, professionelle Spekulanten, die mit internationalen Aktien agieren oder mit Derivaten, die werden nicht tangiert. Aber der Sparer in ein deutsches Unternehmen, der muss dann eine Strafsteuer zahlen, und wie man auf die Idee kommen kann im Finanzministerium, ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Also daran ist wirklich nichts Positives. Also da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und dann bin ich eigentlich auch bei einem aktuellen Thema, diese ganzen GameStop-Volatilität, die Schwankungen, die Reddit-Boards, die Wall-Street-Bets-Boards, die hier an der Wall Street für Furore gesorgt haben. Und bevor wir das Thema vertiefen, was mich hier sehr positiv überrascht hat, ist die Haltung der amerikanischen Politik und der Regulatoren gewesen. Wir haben ja Anhörungen in Washington gehabt zu diesem Thema. Und was bei diesen Anhörungen sehr schnell klar wurde, ist, dass es bei Weitem nicht darum geht, Privatanleger zu regulieren. Die Frage zu stellen, ob hier Privatanleger möglicherweise oder kleinere Anleger den Markt manipuliert haben. Vielmehr hat man die Gelegenheit genutzt, mal die richtigen Fragen zu stellen gegenüber den institutionellen Investoren. Wie funktioniert der Hochfrequenzhandel? Wie funktionieren Leerverkäufe eigentlich wirklich? Wie kann das passieren, was passiert ist? Wie kann es sein, dass Online-Broker wie Robinhood für Nullgebühren handeln? Wie werden die bezahlt? Und der Grundtenor ist aber ganz klar, dass es hier eher darum geht, mehr Transparenz zu schaffen auf der Industrieseite, als jetzt unbedingt die Privatanleger zu regulieren. Ich finde, dass das Internet und Social Media uns hier eine unglaubliche Chance bietet, weil wir eben die Möglichkeit haben, auf gleicher Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Wir machen das jetzt zwischen den USA und Deutschland. Ich mache das regelmäßig in meinen Social Media Streams mit mittlerweile auch fast 260.000 Fans. Diese tolle Chance zu haben, miteinander sprechen zu können und ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln. Ich gehe auf den Punkt sofort noch ein. Da habe ich nämlich eine Anschlussfrage. Ich will noch eben bei der Attraktivität von Aktien bleiben und unser schönes Gespräch für einen Werbeblock nutzen, weil ich ahne, dass ganz viele Börseninteressierte uns jetzt ihretwegen zuhören. Und denen will ich sagen, die FDP will die Spekulationsfrist wieder einführen. Sprich, wer eine Aktie lange hält, also über einige Jahre und damit offensichtlich nicht spekuliert, sondern sie zum Vermögensaufbau nutzt, der und dem wollen wir gerne die Steuerlast auf die Erlöse abnehmen, eben um attraktiv zu machen, langfristig in Aktien zu investieren. So, jetzt zurück zu dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Denn tatsächlich gibt es ja einen regelrechten Aktienboom in Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr sind enorm viele Privatanleger dazu angekommen über die Neobroker. Und das ist eine Diskussion gewesen, die wir vor einigen Wochen sehr intensiv geführt haben. Auf der einen Seite die Absprachen und auf der anderen Seite dann die Neobroker, auf denen viele quasi auch spielerisch fast sich am Kapitalmarkt engagiert haben. Und nun passierte was Faszinierendes. Nicht der Regulator, nicht die Börsenaufsicht hat eingegriffen, sondern Neobroker selbst haben teilweise den Handel eingeschränkt oder eingestellt. Da habe ich viele, viele empörte E-Mails bekommen. Sie nicken schon, Sie haben das Thema auch intensiv bearbeitet. Was ist Ihre Meinung? Also zum einen, das ist natürlich, wie lange darf ich antworten? Solange Sie wollen. Also, ich glaube, dass Neobroker und die Abschaffung von Handelsgebühren, dass das im Großen und Ganzen zunächst einmal begrüßenswert ist, weil dadurch natürlich das Thema starker demokratisiert wird. Ich glaube auch, dass Gamifizierung nicht das Problem ist. Denn wir leben im Internetzeitalter. Viele Bereiche unseres Lebens haben mit Gamifizierung zu tun. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, auch um ältere Generationen, dazu zähle ich mich auch, zunächst einmal zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Dass es, wie üblich in der Gamifizierung, eben nicht nur einen Spieler gibt und ein Ziel, sondern viele unterschiedliche Akteure, die Profis, die Laien, die Bots. Und das muss man erst einmal verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass zumindest hier in den Vereinigten Staaten, ich kann mir zu Deutschland da kein Urteil bilden, dass es hier tatsächlich um die Sicherheit des Finanzsystems ging. Und wir haben ja nun sehr viele große Brokerhäuser, die durch die Turbulenzen, die verursacht wurden durch die Reddit-Boards und durch Wall Street Bets, tatsächlich auch in Schieflage gekommen sind. Also es gab Schwierigkeiten, Orders auszuführen. Und im Fall von Robin Hood muss man sich im Klaren sein, dass es tatsächlich ein Zeitfenster gab, von wenigen Stunden, in dem die Gefahr bestand, dass Robin Hood letztendlich abgewickelt werden muss. Man kann dem Vorstand nur danken, dass er in der Lage war, in so kurzer Zeit über drei Milliarden Dollar an Kapital aufzutreiben. Dass Robin Hood deshalb die Käufe bestimmter Aktien zeitweise verboten hat, darüber kann man streiten. Und die Frage ist, also ich glaube, dass es im Wesentlichen darum geht, das System vor einem stärkeren Einbruch zu schützen. Es gibt viele, die sagen, das ist übertrieben. Wenn man sich die großen Brokerhäuser anschaut, Interactive Broker ist ein so großes Brokerhaus, die über fünf Milliarden Barmittel haben. Der dortige CEO betont auch, dass wir sehr nah an einem echten Problem waren. Und hier muss man, glaube ich, eher die Frage an Robin Hood wenden. Wie kann es passieren, dass das Risikomanagement eines solchen Hauses so schlecht ist, dass ein Unternehmen durch solche Turbulenzen so schnell an den Rand kommen kann? Das darf eigentlich nicht passieren. Ist passiert. Und ich bin gespannt. Robin Hood wird ja in Kürze auch an die Börse gehen, ob Robin Hood hier nicht noch ernsthafte Probleme bekommt. Aber darf ich das nochmal genauer nachfragen, um es zu verstehen? Das Problem war nicht das Handelsvolumen, sondern es war die Zahl der Orders. Also ein IT-Kapazitätsproblem. Man kann es relativ einfach erklären. Und ich sage jetzt ganz bewusst vereinfacht erklärt. Wir haben also den Broker in der Mitte, wir haben links den Käufer und rechts den Verkäufer. Wenn also eine Transaktion stattfindet und aus irgendwelchen Gründen fällt in dieser Transaktion der Käufer flach, weil er pleite ist und nicht zahlen kann, zum Beispiel, dann haftet das Clearinghouse oder der Broker. Weil die Transaktionsvolumen so schnell und so groß waren und die Clearinghäuser, die also diese Transaktion auch mit abwickeln, höhere Kapitalreserven gefordert haben, die Robin Hood nicht liefern konnte, hätte das im Zweifel eine Liquidierung des gesamten aller Depots von allen Kunden bei Robin Hood bedeuten können. Und das wäre natürlich auch für die Börse insgesamt fatal gewesen. Jetzt, wenn wir über diese innovativen Entwicklungen sprechen in der neueren Zeit, darf eine nicht fehlen, nämlich Bitcoin. Da haben wir jetzt nun gar nichts mehr mit Regulator und Börse zu tun momentan, aber trotzdem ein Riesenthema, das neue Gold, sagen manche. Wir haben jetzt unglaubliche Schwankungen erlebt. Herr Musk ging rein, Milliarden raus, jetzt wieder, ich weiß nicht, wo es heute steht, unter 50.000. Ich weiß es nicht, wie schauen Sie darauf? Das kommt immer auf die Minute an, nicht wahr, wo Bitcoin steht. Ich würde es mal so beschreiben. Also zum einen muss man erst mal sich darüber im Klaren sein, dass wir durch diese unglaubliche Liquidität, die die Notenbank schafft und die natürlich auch die Politik schafft, Biden mit seinem riesigen Wirtschaftspaket, dass dieses Geld Exzesse kreiert am Aktienmarkt, auch am Immobilienmarkt im Übrigen in den USA, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Das sehen wir in den USA vor allen Dingen daran, dass die Penny-Stocks, die also teilweise unter 10 Cent notieren, jetzt schon in Billionenzahl gehandelt werden. Das sind also Zeichen von Exzessen, die mich ehrlich gesagt auch als Börsianer ein bisschen beunruhigen. Für mich, und jetzt bin ich schon lange mit dabei, Sie haben es ja am Anfang gesagt, schauen Sie mich an, der arme Kerl, ein Viertelstunde Börse. Kein Wunder, dass ich so alt aussehe an der Börse, sieht man manchmal alt aus. Aber wir haben schon alles gesehen. Nehmen Sie mal die Charts von Übertreibung der Vergangenheit. Was senkrecht hoch geht, geht senkrecht auch wieder runter. Der Chart von Bitcoin sieht genauso aus wie der Chart von Tesla, sieht genauso aus wie der Chart von Softbank zur Jahrtausendwende. Diese Spiele wiederholen sich alle. Zu Bitcoin selber finde ich den spannendsten Aspekt, dass die Regulatoren, glaube ich, hier zunehmend Schwierigkeiten bekommen wird. Und zwar deshalb, weil immer mehr große Finanzdienstleister nun anfangen, Bitcoin zu integrieren. Mastercard bietet Bitcoin an. Bank of New York Mellon, J.P. Morgan, Morgan Stanley denkt darüber nach. Heute meldet Square ebenfalls die stärkeren Käufe von Bitcoin. Und damit etabliert sich Bitcoin immer mehr, auch auf einer immer breiteren Ebene. Und ich glaube, je mehr große Konzerne Bitcoin etablieren, umso schwieriger werden es die Regulatoren haben, quasi rückwirkend irgendetwas zu machen. Und das wirkt alles zurzeit noch etwas hilflos, merkt man im Übrigen auch an der Finanzministerin, an Janet Yellen, die immer wieder betont, dass die spekulativen Exzesse bei Bitcoin nicht zu unterschätzen sind. Das mag richtig sein, aber im Großen und Ganzen, je mehr große Konzerne das machen, umso schwieriger wird es sein, hier einen Riegel vorzuschieben und zu regulieren. Und ich glaube auch in aller Fairness, dass viele das Thema Bitcoin einfach auch noch nicht verstehen. Und das Thema Bitcoin und Kryptowährungen und Blockchain wird unsere Welt in vielerlei Hinsicht verändern. Ja, und auch die Tokenisierung von anderen Assets, was da alles demnächst handelbar wird. Man sieht, was die Börsen jetzt schon vorausdenken, wenn es Softwarefortschritte gibt, was dann alles noch marktgängig wird. In der Tat, da steht uns einiges bevor. Aber Sie sprachen in dem Zusammenhang ja von Exzessen. Gäbe es denn regulatorisch Möglichkeiten, diese Exzesse einzudämmen? Oder muss man diese Exzesse auch gar nicht eindämmen, weil das einfach zur Marktwirtschaft gehört? Und wer spekuliert, muss eben dann in Kauf nehmen, zu verlieren. Ja, also da für mich ganz klar Zweiteres. Wir haben immer wieder mal vereinzelt Übertreibungsphasen. Und jeder Börsianer macht auch mal Phasen mit, in denen es auch prozentual mal deutlich bergab gehen kann. Wenn etwas wie der Bitcoin 100% hochgeht und Bitcoin ist ja nun weitaus mehr als 100% hochgegangen, dann kann es halt auch mal 30, 40% sinken. Dazu muss man kein Wirtschaftswissenschaftler sein. Wenn man sich einen Chart anschaut, der senkrecht hochgeht, geht es halt auch mal senkrecht runter. Und ich glaube, dass die Regulatoren hier sich in der Tat raushalten sollten. Wir sollten uns in einem freien Markt bewegen, und zwar so weit, wie es nur möglich ist. Das zu regulieren, halte ich für einen ernsthaften Fehler. Und die Ironie im aktuellen Umfeld ist ja letztendlich gesehen auch, dass die Notenbanken, auch die Fiskalpolitik natürlich, das wird bei Ihnen in Deutschland nicht anders sein, eigentlich das machen, was sie machen mussten. Es gab keine Alternative. Und ich glaube, viele Leute, die sagen, naja, der Aktienmarkt hat sich von der Realwirtschaft abgekoppelt, das würde ich definitiv nicht unterschreiben, zumindest nicht, was den breiten Markt betrifft. Der Markt reflektiert das wieder, was wir jetzt zunehmend auch in der Wirtschaft sehen, eine sehr rasante Wirtschaftserholung. Ich glaube eher, dass wir sogar das Problem haben, Herr Lindner, dass viele Unternehmen sich auf eine Rezession eingestellt haben, die Kapazitäten reduziert haben. Und wir erleben jetzt eine plötzliche Nachfrage-Explosion mit reduzierten Kapazitäten. Und ich würde die Thematik der Inflation hier nicht unterschätzen. Und dann bekommt die Notenbank ein echtes Erklärungsproblem. Also deshalb glaube ich, die nächsten Monate werden hier noch sehr spannend werden. Aber im Großen und Ganzen, was Regulatorik betrifft, man muss nicht alles regulieren. Das ist stückweit auch eine Entmündigung des Bürgers. Jeder muss seine Erfahrungen selber machen. Und genauso an der Börse, wie, ich meine, wissen Sie, ich werde morgen auch nicht Bäcker, weil Bäcker muss man lernen und Klempner muss man lernen und Börse muss man auch lernen. Das gehört einfach mit dazu. Also von daher bin ich vermutlich mal Ihrer Meinung, dass die Regulatoren hier nicht zu stark eingreifen sollten. Wenn man handelt und Haftung übernimmt für das eigene Handeln, dann finde ich, ist der Markt ja bereits reguliert. Das Problem, finde ich, wo Regulationen, wo Regeln benötigt werden, ist dort, wo man handelt, Risiken eingeht, aber nicht haften muss, wenn das Geschäft nicht aufgeht. Weil dann geht man unverantwortbare Risiken ein und destabilisiert das System. Also man muss aufpassen und ich glaube, da muss auch die Finanzbranche aufpassen. Wenn wir die Messlatte zum Einstieg in den Aktienmarkt auf Null setzen, durch die Neobroker zum Beispiel, dann muss man natürlich auch den Menschen die Möglichkeit geben, sich erst mal zu bilden. Und man muss ihnen sagen, wie das Ganze funktioniert. Wenn man einem kleinen Kind eine Waffe in die Hand drückt, kann das auch sehr, sehr schnell gefährlich werden. Aber vielleicht mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, ich glaube sehr wohl, dass wir jetzt in eine Phase hineinlaufen, auch Covid-bedingt, in denen die Menschen viel mehr Selbstverantwortung übernehmen müssen und auch werden. Weil wir zum Beispiel auch durch den Arbeitsplatz, allein die Tatsache, dass wir von überall aus arbeiten können, kriegen wir mehr Freiheiten. Aber Freiheit bedeutet immer auch mehr Selbstverantwortung. Denn, wissen Sie, wenn man zu Hause sitzt, muss man immer noch die Selbstverantwortung haben, trotzdem zu leisten. Und ich glaube, dass wir von einer präsenzbasierenden Performance-Honorierung zu einer performance-basierenden Honorierung übergehen, in der Eigenverantwortung vorne steht. Und für mich waren diese Reddit-Boards auch eine schöne Erinnerung daran, dass wir durch das Internet, durch Social Media eine wirklich tolle Chance haben, einer Machtumverteilung von horizontaler Macht, eben auch auf eine vertikale Machtverteilung, in dem auf einmal sich kleine Privatanleger zusammenschließen können, um der großen Wall Street mal zu sagen, was dort schiefläuft und was man vielleicht mal überdenken sollte. Und das kann man als Problem sehen. Ich sehe das als eine unglaubliche Chance, mal auf gleicher Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und wenn ich das noch sagen darf, das passt jetzt vielleicht nicht ganz hier rein, aber man sieht sie ja auch ab und zu in den großen Talkshows in Deutschland. Ich würde mir so wünschen, dass es in diesen Talkshows nicht immer nur um Konflikt geht. Man hat den Eindruck, es geht immer nur noch um den einen gegen das andere. Und ich glaube, dass wir die Gelegenheit nutzen sollten, mal ein Miteinander zu finden, statt ein Gegeneinander zu finden. Und das finde ich, also zumindest gefühlt, wenn man sich die großen Talkshows in Deutschland anschaut, wäre das wünschenswert, dass die Menschen zusammengeführt werden. Ja, die Talkshow-Demokratie, die konzentriert sich natürlich auf die Unterschiede. Sie haben aber völlig recht damit, dass die politische Kultur in Deutschland, auch zwischen den unterschiedlichen Wettbewerbern, eigentlich durch Gemeinsamkeiten geprägt ist. Gerade wenn man das vergleicht mit den USA und der enormen Polarisierung der Gesellschaft, dem Versuch, den politischen Mitbewerber zum Feind zu machen und vernichten zu wollen, das gibt es hier in Deutschland Gott sei Dank nicht. Ich habe in meinem Podcast den Dietmar Bartsch beispielsweise gehabt. Der hat nun wirklich eine andere Auffassung von Wirtschaft und Gesellschaft als ich oder auch als Sie. Und trotzdem war das ein zivilisiertes, übrigens auch angenehmes und amüsantes Gespräch. Da unterscheiden wir uns Gott sei Dank schon von den USA und da darf sozusagen das Quoteninteresse der Gladiatorenkämpfe im Fernsehen nicht diese Grundgemeinsamkeit gefährden. Deshalb war im Übrigen, Herr Lindner, auch diese GameStop, dieser Boom und diese Übertreibung. Es war sehr interessant für mich, mal mit beiden Seiten zu sprechen. Also mit jungen Menschen zu sprechen, die 18, 19 sind und bei GameStop aktiv waren, bei Wall Street Bets aktiv waren. Gleichzeitig aber auch danach mal mit Hedgefondsmanagern zu sprechen und man merkt, dass beide Welten doch sehr voneinander getrennt sind. Und ich glaube, dass auch die Hedgefondsmanager hier sehr aufpassen müssen, nicht aus der Arroganz der Erfahrung hinaus zu argumentieren, sondern zu realisieren, dass ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe eben auch sehr viele Möglichkeiten bietet. Natürlich wissen die Jungs von Wall Street Bets nicht alle, Hedgefonds sind nicht böse und Leerverkäufe sind auch nicht nur negativ. Die Welt ist sehr selten schwarz-weiß, die Welt ist bunt, grau und die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Und da liegt eben auch, finde ich, die eigentliche Chance. Ja, ich habe das mit einer großen Sympathie im Geheimen verfolgt, dass da mal die Machtfrage gestellt worden ist. Das trägt ja auch zu einer Gesundung der Marktwirtschaft bei, wenn es nicht verfestigte, erhärtete Machtstrukturen gibt. Das löst wieder mal was aus und sicherlich ein Entwicklungsprozess. Mir hat das sehr gut gefallen, was Sie im Blick vorausgesagt haben. Jetzt nicht die kurzfristige Betrachtung an den Kapitalmärkten, was uns da alles noch bevorstehen könnte, sondern was Sie gesellschaftspolitisch gesagt haben, dass vielleicht nach Covid die Frage der Selbstverantwortung, der Flexibilität, der Individualisierung auch von Vorsorge, dass das alles eine größere Bedeutung haben könnte. Dann würden wir tatsächlich aus dieser Pandemie sogar noch gestärkt hervorgehen. Also lassen Sie uns gemeinsam hoffen darauf, dass es genau dazu kommt. Ja, also das bleibt zu hoffen. Und man sieht, glaube ich, dass der Weg auf jeden Fall in diese Richtung geht. Die USA sind natürlich ganz anders damit umgegangen als Europa, auch was jetzt hier Arbeitsplätze betrifft. Aber wie es eben so ist in den Vereinigten Staaten, es ist auch, was den Arbeitsmarkt betrifft, brutaler. Aber man läuft dann auch schneller wieder aus den Krisen raus. Und ich finde, auch hier ist noch mal ein, ich meine, es ist, weiß Gott, the American dream meines Erachtens ist bei weitem nicht mehr das, was er mal war. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, diesen Freiraum zu haben, auch den Menschen Eigenverantwortung zu überlassen, Selbstverantwortung zu überlassen und eben im Zweifel dann auch mit dabei zu sein und zu helfen, diese Stimuluschecks, die an die Bevölkerung rausgehen und jetzt auch wieder rausgehen werden, sind wichtig, zumal natürlich insbesondere in den USA vor allen Dingen die ärmeren Schichten mal wieder so stark getroffen werden. Und ich glaube, das ist auch das Eigentliche. Also wenn ich ein Beispiel nehmen würde, wie Deutschland nicht werden darf, dann würde ich definitiv die Spanne zwischen reich und arm nehmen, weil in den USA natürlich schon durch die Finanzkrise und jetzt auch durch Covid diese Spanne noch weiter exorbitant durch die Decke geht. Jeder, der Aktien hat, wird exorbitant reicher und jeder, der mal einen Job hatte und ihn jetzt nicht mehr hat, hat das Nachsehen, muss eventuell sogar noch mehr Miete zahlen, weil die Immobilienpreise steigen. Und dieser Gap zwischen reich und arm, glaube ich, stellt ein ernsthaftes sozialgesellschaftliches Problem in den Vereinigten Staaten da längerfristig. Und deshalb ist für mich Trump auch nicht dauerhaft weg. Es haben sehr viele Leute Trump gewählt. Und wir haben eine so knappe Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern, im Senat und im Repräsentantenhaus, dass Biden wirklich gut beraten ist, zumindest zu versuchen, die Menschen wieder etwas näher zusammenzuführen. Und das hängt, glaube ich, dann doch auch damit zusammen, für ein bisschen mehr Berechtigung, Gleichberechtigung zu sorgen. Diese sozialen Fliehkräfte, vor denen Sie waren, vor denen müssen wir uns in Deutschland hüten. Wir sind nicht ganz frei von der Gefährdung. Nicht bei den Einkommen. Die Einkommen in Deutschland sind relativ gesehen, im internationalen Vergleich, beieinander. Und wir haben auch die Absicherung durch einen entgegen anderslautender Gerüchte gut ausgestatteten Sozialstaat. Aber wir haben zwei Punkte, die zu wachsender und, wie ich finde, auch nicht akzeptabler Ungleichheit führen. Durch die Pandemie und auch durch die niedrigen Zinsen verstärkt. Das eine Bildung. Dort, wo Familien ihre Kinder auch während der Pandemie unterstützen konnten, da hat die nicht so stark dazu geführt, dass Schülerinnen und Schüler den Anschluss verloren haben. An anderer Stelle aber schon. Insbesondere dort, wo noch nicht einmal Deutsch die Muttersprache ist. Da müssen wir was tun. Und der zweite Punkt, den haben Sie angesprochen, das ist die Frage, wer hat Assets und wer hat keine Assets? Wer auch einen ordentlichen Job hat, aber zur Miete wohnt und es Herrn Scholz nachtut und ein Sparbuch hat, der tritt auf der Stelle. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die eine Immobilie haben und am Kapitalmarkt engagiert sind, die erzielen Fortschritte. Und jetzt wird es eine politische Diskussion in diesem Jahr. Sie wissen, wir haben eine Bundestagswahl gegeben. Die einen werden sagen, gut, dann nehmen wir den einen was weg und über den Staat verteilen wir es um. Unser Zugang wäre eher, ermöglichen wir den einen, die noch keine Assets haben, keine selbstgenutzte Immobilie, nicht am Kapitalmarkt engagiert sind, ermöglichen wir denen, dass sie ebenfalls in den Bereich der wirtschaftlichen Eigenständigkeit stärker hineinwachsen können. Herr Koch, vielen Dank für Ihre Bereitschaft und für Ihre Zeit. Das hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es bald wieder mal eine Gelegenheit gibt, dass wir uns persönlich sehen. Haben Sie schon Pläne, wann Sie wieder in Deutschland und Europa sein können? Schwer momentan, ne? Ja, ich hatte schon so viele Pläne, aber es wurde irgendwie immer ein Strich durch die Rechnung gemacht. Gewacht, ja. Wahrscheinlich sehen Sie mich demnächst als Hologramm auf deutschen Bühnen. Ich weiß es noch nicht, aber der Weg nach Deutschland, hoffentlich bald, denn ich würde natürlich auch meine Familie mal gerne wiedersehen. Wir können natürlich immer noch reisen, das muss ich als Greencard-Inhaber, habe ich jetzt nicht das große Problem zwischen beiden Ländern, aber man muss die Ehefrau auch glücklich machen und die sagt, nee, Koch, du bleibst zu Hause, weil das mit der Reiserei, und da füge ich mich natürlich in großer Ehrfurcht und in noch mehr Liebe von meiner Frau. Viele Grüße an Ihre Frau, herzlichen Dank dafür, dass Sie heute mit dabei waren und auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund. Dankeschön.